Ehrlich? Du kannst übrigens rausgehen, denn die haben ja das Spiel wieder besiegt. Oh, wie nett. Warte, 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 warte mal noch. Irgendwie... Wenn die sagen, ja komm raus, geh raus. Oder hast du gerade eben so 6000 Einmal gekriegt oder so mehrere Punkte? Nee, ich glaube nicht. Ja, der Fett war uns immer Nolo. Fanden die einfach den Charakter süß? Keine Ahnung. Ich frage mich auch genau, ob die denken, ob du ein Kerl oder eine Frau bist. Weil du spielst einen Kerl. Ja. Frauen spielen ja normalerweise Frauen. Ja, aber ich finde Frauen mit Partnern nicht so schön. Ja, Frauen mit Partnern sind echt nicht schön. Frauen mit Partnern sind echt hässlich. Ja, sind die jetzt schon draußen? Nee, die sind noch so... Aber die eine ist noch drin. Geh mal, geh mal einfach wieder zu deinem Knochen rein. Hä? Bellatico ist tot. Nein. Der liegt wieder. Hier unten steht Bellatico ist tot. Oh. Oh. Okay, jetzt kannst du rausgehen. Die sind auf jeden Fall nicht mehr drin. Woher weißt du das? Weil dir nichts mehr angezeigt wird auf deiner Karte. So Pfeil oder sowas. Da, 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 da. Soll ich mal fragen? Soll ich raus? Ja. Komm mal raus. Okay. Okay. Warte, ich muss mal gucken, wie viele Mitglieder die Gilde hat. Äh, Gilde. Ach, Mitglieder. 76. Krass. Boah. Ich glaub dir will, dass du hier gehst. Boah, 76. Boah, ich hab, ich hab 73. 75 Menschen mit mir. Für die Horde. Boah, ich muss eine rauchen. Gib mal ein Flipp. Erst mal ein Glas leer trinken. Für die Horde. Ich hab euch heute Allianz gewählt. Hätte ich noch nie mehr zu anderen Menschen gewählt. Ich hätte drauf gehen. Nein. Oh. Doch, doch, doch. War alles richtig. Ach, er hat sich zum Drachen verwandelt. Nett. Man sieht's auch, wenn's auch ein Besen, ne? Ich glaub sogar, er sagt, nächste Inni. Hopp. Er hat sich aber richtig geil, weil die, 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 die Frau hat ein Besen. Mhm. Und er hat sich in einen Drachen verwandelt. Geil. Vor allen Dingen, wo geht's jetzt hin, wenn man in Unterstadt ist? Das ist übrigens die Hauptstadt von der... Hauptstadt und der fette Panda sitzt da drauf. Das ist übrigens die Unter... Das ist die Hauptstadt von den Untoten, ne? Echt? Mhm. Die ist echt... Wenn man uns gar nicht auskennt, ne? Labyrinth. Ich sag's dir. Aber die sind ja schon... Ja... Ich kenn mich da auch aus, aber... Hauptsache, die haben 76 Leute, nimm einfach einen, der wird 13 auf. Nicht so. Unterstadt, Territorium der Horde. Die Abwasserkanäle. Ach, die gehen jetzt raus aus dem Weg. Rein in den Fahrstuhl. Oh, ganz schön, bitte. Ich komm nicht drauf klar, warum sind Menschen... Ach, die gehen rein in den Fahrstuhl. Die fahren durch die Kanäle. Die fliegen durch die Kanäle. Die fliegen durch die Kanäle. Was wollen wir noch sehen? Der fliegt jetzt hier raus aus dem Ding. Und er weiß den Weg nicht. Ne? Ne, aber sie zeigt ihm den Weg gerade. Boah, das sieht gleich richtig geil aus, weil das ist nämlich... Unterstadt ist nämlich unter einer alten Festung, die so im Warcraft-Universum mega bekannt ist. Das war mal ein Schloss. Okay. Aber man sieht jetzt... Boah, das sieht man wieder den fetten Mond. Was auch immer das ist. Ah, da ist es. Hauptsache, er sagt so, hopp. Das ist ein geiles Schloss. Das sieht echt cool aus. Vor allen Dingen ist einer der wichtigsten Figuren aus dem Warcraft-Universum. Das war ein Königreich. Mhm. Und Arthas war der Sohn von dem König. Und der ist irgendwann zu den Bösen. Da wurde der... Also... Der wurde böse, ne? Ja. Und dann hat er seinen Vater, also den König hat er umgebracht im Thronsaal. Und wenn du jetzt in diese Ruinen reingehst, da wo der Thronsaal ist, ne? Und deinen Lautsprecher ganz laut machst, dann hörst du noch, wie Arthas seinen Vater umbringt. Echt? Und auf dem Boden liegen auch Blutspritzer. So von dem Vater noch. Opa. Richtig geil. Und das ist früher in den alten Warcraft-Spielen nämlich passiert. Silberwald. Vor allem bei dir steht immer noch 20 Aufrufe. Das ist gar nicht mehr aktuell. Nein? Nein, nur 26. Oh. Ich glaub, die fliegen zu den... Irgendwie heißt's... Flammen irgendwas. Boah, und wenn die Schloss... Sag mir nix. Mit Level 20 oder mit 18 kannst du in Schloss irgendwas... Ich weiß nur, was das Schloss heißt. Diese Instanz, ne? Mhm. Meine absolute Lieblingsinstanz. Soweit bin ich früher hundertmal reingelang, hab ich auch hundert Leute durchgezogen, weil ich einfach nur reingehen wollte. Ich hab' aber auch ganz vieles Leuten gefolgt und sowas, ne? Irgendwelchen komischen Typischern streamern. Ich hab' die ganze Scheiß von denen. Wolle aus richtig viele, ey. Aber aus dem Foxes auch. Ja, ich, ich, also meine Account, Dominik, da hab' da folglich keinen irgendwelchen Idioten. Der hat, das hat sie einfach auf, kann auf sechs Jahre aufgesammelt. Ja, ich glaub' ich glaub' Burg Schattenfang. So hieß die Instanz. Ich glaub' auch irgendwie, dass die da gerade auf dem Weg hin sind. Aber ich bin doch noch gar nicht Level 18. Ja, ich hab' die ganze Interessante, ich meine, du weißt nicht genau. Ich muss die Kamera auch nach vorne drehen. Ja, das ist Burg Schattenfang. Burg Schattenfang, mein absolute Lieblingsinstanz. Absitzen. Gut. Wie cool, die sind nicht, ach Gott. Ja, wein' da. Ja, warte erstmal. Jep. Aw, oh Scheiße, fuck. Geistes Ding überhaupt. Ich würde jetzt tanzen. Aber ich, ich, ich steh' da einfach... Ja, du rennst jetzt einfach nur durch. Ah, du kannst eine Quest annehmen. Oh, ne, 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 doch, 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 du kannst hingehen. Hoffentlich ist das wichtig. So, dann wollen wir mal reinkommen. Oh, da sind sie schon. Sonst bringen die dich alle einfach wieder um. Ja, kannst schon. Hä? Die töten hier in Leute. Egal. Ach, klar, da, du da, da musst du rein. Stimmt. Wo, hier? Ja. Ach, sie hat auf mich gewartet. Ne, ne, brauchst du hier. Ach, ja. Ja, ich bin aber bei der Wind. Keine Ahnung. Wohin, hab ich da durchlaufen? Ja, was? Weil ich liebe die Instanz. Geht das so? Ja, das geht jetzt bestimmt nicht. Ich kann auch aufstehen. Ja, alles gut. Dann komm. Okay. Okay. Oh, ich liebe die Instanz. Oh, scheiße, von dem Gebet. Oh, ich feiere die Leute einfach so hart. Wie ist das? Einfach, wie nett. Nein, nein, nein. Kannst du deine Quest abgeben? Das ist hier nicht richtig... Raus mit der Sprache. Unsere Zeit wird kommen. Ja, von dem Nachum einfach die Quests. Jetzt macht er oben die Tür auf. Vor allem, das ist richtig schwer, wenn du so einer spielst. Also, wenn du es mit normalen, deinen läppeligen Leuten spielst. So, jetzt geht's da hin und da gleich rein. Wie ging's denn jetzt? Oh, wie geht's denn jetzt? ich meine 13 denn die die mann 20 Ich bin der Gegenstand. Kann sich gleich mal schön umziehen. Ich bin der Gegenstand. 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 Die Blizzard-Community hieß einfach eine gute Community. Also bei Overwatch. Schwarze Schafe gibt es überall. Schließlich gibt es überall wie auch die Allianz. Was passiert gerade? Euer Geist reist zu eurem Heimat-Tempel und lässt euerm Körper zurück. Erneut um die Nähe eures außer Zu張winnen. Ich bin ganz ohr. Tandauur Jenkins. 3 2016 BR 2018. Wenn du mir nachfüllen. das ist nachfällig liebes Schwierigkeiten ich bin wohl großartig wenn ich schon zufrieden das ist So was habe ich schon öfter miterlebt. Echt? Ja, bei GOB ist das voll normal. Boah, krass. Aber ich... Also, voll normal ist es auch nicht, aber es ist schon häufiger. Ich verstehe das nicht, weil die haben so gar keinen Vorteil dadurch. Aber helfen mir trotzdem so. Obwohl die ja eigentlich so weiterkommen könnten in ihrem... Ja. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ein Schlachttod. Das war der Endboss von Buchshanfang. Was heißt GZ? Katulation. Werden wir geschrieben? Äh... Rainy. Hey. Oh, wie geil ist das übrigens, dass der Sohn mit seiner Mutter WoW spielt. Heftig, ne? Das geht hier ab. Wenn er erst 23, dann ist die Mutter bestimmt so... Wie leben in einer sehr komischen Welt. Ja, aber okay, Thorsten spielt auch WoW, das ist auch schon Mitte 40. Ja, das ist ja... Aber trotzdem spielt Thorsten nicht mit seiner Mutter. Ja. Kannst du dir vorstellen, ein Videospiel mit deinem Papa zu spielen? Ja. cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Ki-i! Das ist voll mit die 도 Solid avere Letsと皆さんifen! Hier! Wahrscheinlich musst du dich erstmal umziehen. Du kommst mit deinen Klamotten schon gar nicht mehr mit. Hmhm. Du hast Klamotten auch für so ein Level 12 waren. Es hat bestimmt schon ein Helm und alles. die denken sich jetzt auch so